Hallo liebe Leute, hier ist euer Niklas Sommerautor aus Schmolk. Wie ihr seht, sind wir heute wieder richtig mobil unterwegs, denn der neue Tretroller von Mercedes-Benz ist da und den möchten wir euch vorstellen. Ich habe das ganze mal für euch hier so hingestellt. Der Artikel ist komplett aus Aluminium und natürlich in diesem schicken Schwarz. Ihr habt ihn vielleicht schon mal gesehen, denn Lewis Hamilton fährt ab und zu auch damit rum. Schaut mal her, ich zeige euch jetzt gerade ganz kurz noch was zum Roller, denn ihr könnt hier die Längsstange natürlich mit diesem ganz einfacher Verschluss in der Höhe auf eure Wunschposition einstellen. Zudem ist der Roller natürlich klappbar. Ganz einfach hier diesen Hebel betätigen und dann könnt ihr die Längsstange nach unten wegklappen. Die rastet ein und damit er noch handlicher wird, könnt ihr die Griffe schön nach unten abklappen. Genau, das ganze fahren wir gerade wieder aus. Dafür müssen wir auch nur noch mal die Entriegelung betätigen und schon sind wir wieder fahrbereit. Natürlich ist der Roller zum Fahren da. Was hier auch wirklich sehr toll ist, sind diese Gummimanschetten am Lenker. Die haben wirklich einen ganz tollen Griff und einen super Halt. Das gleiche gilt natürlich hier für das Trittbrett, das mit dem Mercedes-Benz Schriftzug verziert ist und uns einen ganz sicheren Stand bietet. Zum Bremsen auch ganz simpel und einfach gelöst haben wir hier hinten am Hinterrad eine Trittbremse. Als echtes Highlight haben wir natürlich auch wieder hier den Mercedes Stern in Chrom vorne drauf. Ich hatte schon die Ehre und durfte ein paar Proberunde damit drehen. Das macht wirklich ganz viel Spaß. Was sofort auffällt, die schönen großen Räder mit Kugelladerer, wie einfach sich das Ganze bewegt und wie wenig Kraft man eigentlich dafür wirklich braucht. Das macht wirklich Spaß. Wir haben für euch dieses Modell und wie ihr im Hintergrund vielleicht schon bemerkt habt, wir haben wieder einen E-Scooter bei uns im Hause für euch. Beide sind für euch zur Probefahrt bereit. Also schaut vorbei. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das war es auch schon wieder von uns. Ich wünsche euch alles Gute. Vergesst natürlich nicht uns zu abonnieren, das Video zu liken und zu kommentieren. Alles Gute, euer Niklas vom Autohaus Schmolk.